Äh, Sniffies? Sniff. Snuffs. Oh, hier sind Clare-Pakete. Wunderbar. Wo bist du? Hier. Unter hinten sind Sniffs. Was? Wow, dem sein Gesicht ist einfach runtergefallen, Alter. Was passiert mit zu viel Schminke? Ah, wir müssen in den Aufzug. Sniff, Sniff war erfolgreich. Wann geht eigentlich mein Weg? Um 1 Uhr. Das durfte nicht. Ach, in 9.30 Uhr. Warte, wir haben wieder die falschen Kessels gewählt, tatsächlich. Ach ne, das war das. Außenposten. Was? Urgebäude? Ach ne, jetzt ist es wieder woanders. Was? Weil wenn ich jetzt noch vorsichtig bin, bin ich... ...dessen Fetchkirchen können sie selbst nach einem Sprung an einer Wand oder einer anderen Fläche hochklappen. Jaaaah. Ah, Loot. Sniff. Wichtiger, weil ich jetzt auch nicht sterbe, ey. Ach du gesagt, wie viele... ... übrigens kann ich mir jetzt mal... ... ich krieg keine Medikiz herstellen. Das ist, was immer mangelbar ist, wa? Oh, Mann, ey. Wow! Was? Der Typ mit dem... Oh, wow. Der hat aber richtig einen zusammengeballert, er. Ja, komm hoch, schritt ich runter. Oh. Die haben da Marmelade gemacht, gerade Menschen-Marmelade, weißt du schon, ne? Jaaa, ich geh weg! Du rufst wieder die Ladies an, ne? Kann das? Victoria Manager. Boah, fast bin ich voll hoch rausgeklatscht. Das ist übrigens, wo wir hin müssen. Okay. Willst du mir den Dicken hier platzumachen? Der ist tot. Du sniffle, ey. Wieso kann ich denn das Loot von den drei Typen, die der Große gekillt hat, nicht aufheben? Tafol? Von dem hier auch nicht. Bei mir zerstören wir Tafol an. Tafol? 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 Ach, da oben? Jaa, schießt mich ab! Au! Bist du tot? Ja. Von wo? Please get me 15 Sekunden! 10 Du wirst in dem drin Du wirst in dem drin Das tue ich nur wegen des Loots Wundern wir das heutzutage Oh ja Bingo! Piste! So! What do we have to do? Au! Aua! Aua! Oh! Betreten Sie die Büroräume! Ja! Ja! Ja, Mann! Ja! Hey, sieh mal da vorne! Wow! Au! Also aus nächster Nähe habe ich keine Chance wenn zwei da stehen Rechts von dir ist einer auf deiner Höhe! Au! Au! Was ist da denn jetzt passiert? Irgendwas explodiert, aber volle Kanne! Entschuldigung! Die sind vielleicht unter uns, ne? Kann das? Ja! Ich bin hier beim Trapmaus tatsächlich! Oder wo bist du denn? Ich bin schon runtergesnifft! Oh! Rot zum... Mütze! Wow! Der war noch nicht tot hier! Der hat sich tot gestellt! So! Kein Puls mehr! Oben rusht noch einer rum! Wo war schon alle oben rum? Wahnsinn! Hier keine Tricks ab! Los! Oh! 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 Woah! Boah! Junge! Meine Waffe war kaputt, ey! Du wirst schon nochmal Druche halten, wahr? Oh ja! Große Waffe! participated! feels great! Ech weege aleckung! hereggung! daresuk nobody else das? Wir sollen weiter nach oben. Oh, warte mal. Weiter nach oben? Ja, über den Fahrstuhlschacht glaube ich. Ah. Nee, wir kommen nicht weiter nach oben. Hier ist ne Treppe. Ah, das ist perfekt. Das ist, äh. Oder auch nicht, weil wir hier nicht reinkommen. Mal rauskommen. Jetzt noch weiter runter, aber hier ist nichts. Super. Also, wir sollen auf jeden Fall nach oben. Na, warte mal. Lass uns nochmal in die Quest gucken. Deine Kommunikation. Die Nebenquests, die wir jetzt machen können, sind die Slums. Also für das vorjährige Gebiet. Okay. Ah, ich hab mal Ausgang gefunden. Kommen wir zu mir. Komm, ich komm, ich komm. Ja. Alles in Ordnung? Ihr werdet ne lange Zeit lang keine orangenen Westen mehr sehen. Du hast's geschafft? Ich sag allen Bescheid. Danke. Ja, nur doch. Die Richtung kommt. Kiste, 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 Kiste. Ist das auch. Irgendwas glitschen die da unten so rum, ey. Was ist denn da los? Zombies gegen... nicht Zombies. Nein! Woher tue ich? Ah, wir sind schon wieder die Deckung, ne? Ich habe mich. Ich sehe! Ich habe mich. Ich habe mich. Oh! was mein Monster! Ich bin so, ich bin so. Ich habe mich nicht gesehen. Ich bin so. Au! Au! Krisch ein steiniges Fressbrett, ey! Au! Au! Boah, Junge! Beide tot! Toll! Au! Au! Ach, es ist ein Sirber, ist er, ne? Au! Ja! Kiste! Warte, die Zeit nutze ich und werde immer das Gewehr aus der Hand legen. Ja, Junge, was ist das denn da, Alter? Da sind Leute am Disco tanzen, Alter. Da ist, da, 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 da müssen wir ja sogar hin, ne? Ich glaube, man hat die Schläger gebraucht. Oh, Headshot voll ins Knie, Alter. Headshot voll ins Knie! Und wieder, wie geil! Und wieder, wie geil! Oh, Mann! Au! Wie Spaß! Ich habe mich nicht mehr so gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gemacht. Ja, ich habe mich nicht mehr so gemacht. Au. Hilfe! 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 Wow! Was war das? War ein Motor ist schon mit oben fliegen Hey ich geh meine Pfeile wieder cool Hier oben sind auch Pfeile Wo? Hier oben! Da wo du jetzt stehst Hier sind Pilze Das lief's nicht? Du weißt dass man jeden Pilze einmal lässt Also mindestens einmal essen kann Was? Ja man kann jeden Pilze essen Hier ist ein Paket Geil Hier die Soapen my friend Boah wir müssen dringend mal zum Portiermeister, wa? Ja Jetzt müssen wir hier runter So Ach nee Ach nee Ach nee Ach nee Häh Sehe diese Paktier P-partikel hier? Lukaß Hehehe Do you know what it is? Dannannisation Ich hör sie schon klopfen alter Ich muss diesen Michael finden Hehehe Can I speak your manager, baby? Can I speak your manager, baby? Can I speak your manager? Da sprudelt was aus deinem Arm, das ist nicht so gesund, Typ. Oh Junge, die zuckt ja noch, ey. Ja und jetzt? Ich hasse was an Videospielen, Alter. Wow, falscher Knopf. Blut! Wow, Beyblade! Äh, der Typ hat ein bisschen gelitten, Alter. Guck mal den Kopf an. Siehst du? Welcher Kopf? Welcher Kopf? Ja ich hoffe es zucken. Lass ich mal hier ganz kurze kleine Aufnahme unterbrechen machen, ja? Äh, ja. 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 Ja.